hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft fight und zwar zu der fünften hallo ist du noch gut und ich ist noch gut in drei zwei eins so gestern hat sich nichts getan also keiner ist gestorben oder so irgendwas und findet jetzt in der nacht gespawnt okay und die kicknachrichten funktionieren doch sie funktionieren ja ja ich sehe dich dahinten ich hab jetzt erst nämlich doch geworfen ich habe sie da eingesammelt leider hier sind gerade meine drei zudem ist okay habt ihr alle so gut ich werde jetzt erstmal den Baum hier wir hatten wir haben nämlich wie bei dem richtigen Varo war ein Discord ähm Nachrichtenschat wo immer automatisch reingepostet wird wer gejoint oh das ist ne Kuh und das funktioniert jetzt gott sei dank oh das ist ne Kuh okay jetzt wird wieder Tag dann ähm lass es nochmal von unserer Position ein bisschen wegbewegen do you know weshalb ähm ja okay ich würde mich nämlich nochmal ein bisschen wegbewegen das war ja ja ich hier sind nämlich ähm hier sind aber gerade Tiere also hier ähm zu ehrlich Leute hast du irgendwas was stacken können? äh Eisen Fäden ich kann die Fäden gehen ja ich hab äh ähm ich hab hier du siehst okay ich hab 48 Eisen sonst äh ich kann generell noch scheiße wegwerfen Flint brauchen wir noch nicht ne ich hab jetzt genügend Sticks erstmal ich kann hier die Hälfte geben hab ich schon Dirt Warten Flash brauchen wir nicht ne ich mach mal 3 Öffnen Zuckerwort kann ich dir noch geben und Pfeile vielleicht machst du Kohle? ja teile ich auf ähm können allgemein mal oh wow jetzt krieg ich hier die ganzen Updates und man sieht das auch noch ja geh geh da ich brauch nen neuen Treiber so ähm hier musst du rein dann ja wir haben jetzt schon fast genug Essen ne ich hab jetzt auch gesagt ich mach mir nochmal äh Pilzsuppen ich bin der Steak raus okay ja ich hab jetzt nochmal äh vier Pilzsuppen ja nimm du dir einfach Porkchop und noch den Rest Hähnchen und ich ne Steak und auch noch ein bisschen Hähnchen ja ich hab auch noch 2 wow rabbits hast du schon ja da hab ich auch ne ich hätt dir aber auch noch 2 war rabbits geben ich hätt dir sogar noch 6 Öfen ja während das hier mal ist kann ich trotzdem auch mal ein paar so ein zwei Bäume weiter farmen ne ja mach das mal wir brauchen ja auch noch ein paar ähm Äpfel ähm ja das Steak lass ich dir drin ne ja das wäre super nett ja das wäre super nett wir müssen auch Äpfel farmen ne ja weil wir haben ja genügend Gold ja deswegen bau die Bäume ab und dann oh jetzt hab ich das Steak rausgenommen kann ich dir gleich geben ja ich mach mir mal ein Bogen ne also wenn beide mal am Anfang mindestens einen haben äh das ist für ein Anfang ganz geilo Bogen 3 Strings 3 Sticks genau ich hab 21 Level ich hab 12 und ähm und 24 ähm 25 von den Rohholz Dingern sollte erstmal reichen dann haben wir beide fast ein Stack ja ich komm zur Stelle zurück wo wir gerade eben waren oh hier sind richtig viele Tiere warte ja nimm die alle mit dann komm ich zu dir ja ich sind ne ganz herde Schafe ich seh dich ich seh dich siehs ok also auch ne Witch dahinten wenn man einen Tränke drop ja wenn man einen Tränke töten dann könnt ihr Healtrunk bekommen ja allgemein das den jemand geholt hat es ähm wenn angenommen man kriegt jetzt einen Speedtrank darf man den verwenden das ist die Frage weil eigentlich sind sie komplett verboten ne dann würd ich sagen nicht also ich würd sagen nein ich nehme das Zucker war hier auf einmal mit ähm man kann sie aber trotzdem killen ähm redstone und ein bisschen scheiße ich gebe dir mal ein bisschen Holz ab wo bist du? ähm kille hier grad noch ähm ich bin auf der auf der Anhöhe ich baue mal so nen Stein Turm ja ich seh ich seh dich schon also wenn ich wieder zurücklaufe dann seh ich dich ja ich seh dich ok hier nur grad noch so ein paar Viecher wir könnten mal so langsam ähm wir könnten verzaubern ich seh dir mal hier 13 Dingsholz ähm hier äh Dings ne ich mach uns mal Eisenschwetter ja ja mach das mal Alter ich könnte mach doch auch ne Amboss ne erstmal damit das auch da auf jeden Fall safe reicht ähm es waren drei Blöcke ne wo sind die Ölfen überhaupt ich hab und wie stehen hast du auch alles was drin war genau ok du könntest ja eigentlich theoretisch wieder aufstellen ja warte ähm für zauber schon mal mein erstes Schwert so es gibt auch die Hälfte Lappes hier das Haltbarkeit und ich geb dir Wormotten noch weil ich hab so viel an Essen gerade ach hier ist auch noch warte jetzt gibt's auch noch alles braten und hast du was ansteckendes bekommen Schärfe eins halt mit dem Eisenschädt kannst du mir noch eins äh ein anderes geben dann kann ich Schärfe 2 machen easy warte erstmal stehen wir können ja noch wir können ja noch Bücher verzaubern ne ja wenn wir Leder haben hast du Leder ich hab drei Leder noch ey ich hab fast gar keins so jetzt erstmal wie viele Öfen willst du jetzt genau noch aufstellen ähm warte kann ich warte geh weg ah fucken pink player versuch mal auf den aus den vier Dinger nicht weiß nicht ob das geht ich kann lass ich das gerade verwechseln ob wir aus den Sachen ähm so so und jetzt mach ich uns noch äh äh mal Amboss wär ganz geil oh hab mal Amboss und jetzt mach ich uns nochmal zwei Eisenschwerter eins zwei so 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 jetzt 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 steht hier der Amboss und hier das Eisenschwerter ähm ich brauch auch noch Lapis ne wenn mir welches geben würdest ich hab dir erst ich hab sie eingesammelt ich gib sie gleich ich krieg nur ich krieg nur crap warte ich geb dir erst mal die Hälfte Lapis hier ich hab jetzt einfach meinen Bogen und es noch verzauert so ja weil mach ich auch noch ich hab das eins auf einen dann hab ich Scharpness 1 einfach so hätt ich jetzt auf höheres Level verzaubern sollen ich kann Scharpness 2 direkt bekommen ja dann mach easy ähm Scharpness 2 Knockback 1 der Knockback ist jetzt nicht ganz so geil fürs kombinieren vor allem gib mir mal ein paar Strings so 3 wenn es geht ja hast du 3 aber ich hab's so richtig gemacht ähm ich mach mal meinen Bogen na ich hab's 2 Stärke jetzt schon Unbaking Power ja hab ich jetzt 2 Schärfe 1 zu Rückstoß ich hab auch Rückstoß ja ist scheiße eigentlich na ist egal Karten ist nicht viel mehr gekostet ähm aber ich hab auch in Stärke 2 ich mach mir noch mal ein Eisenschwert und dann kann ich schon fast Schärfe 3 machen ne das gute denn ist noch ein ach ich mach mir mal ein Feuerzeug um die Tiere direkt zu killen also gib mir mal bitte ein Eisen wenns geht liegt liegt da auf dem Enchanter ja warte ich guck mal ob er in den Öfnis drin ist Scharpness 1 mit 3 Leveln ja mach ich ne ja ich hab nur Scharpness 1 bekommen ja hab nur Scharpness 1 bekommen ich hab jetzt noch 5 Leveln ich hör grad auch Eisen wollt's mir geben ne ah auf dem Enchanter hast du gesagt ähm hab jetzt Scharpness hab jetzt ein Scharpness zwei Knockback 1 brauch 4 und hier unten sind 2 Schreine brauch 4 Leveln äh ich brauch noch ein random Schwert ich will ja nicht mehr ein Schwert kaputt machen ich mach einfach ein Steinschwert ich mach ein Steinschwert weil wir haben Moment nicht genügend hast du Steine? ich kann nicht ach ich hab Steine ups ich hab dir eben noch ein Stack fast gegeben ja ich hab auch ein Stack jetzt so ich brauch jetzt Level wir könnten natürlich auch in den Never gehen aber würde ich das hier nicht machen ich würd diese Folge jetzt noch draußen bleiben und dann wieder in die Höhle gehen ne wir haben jetzt noch 6 Minuten alter wie schnell geht das denn oh oh ähm Emil siehst du was ich hier sehe ja ja ok das war ja von mir gerade eben vor nächstes Mal noch wir sollten uns hier entfernen sobald das alles durchgebraten ist ok ok ja lass die wieder abbauen ähm wollt ihr irgendwas machen? ne ne das sehen kann ich verbrennen so dann nehme ich Amos in den Schaden damit ne so und jetzt äh laufen wir welches essen hast du? das hast du ne äh ja gib ich dir noch ein bisschen Holz Wolle brauchen wir ja nicht weil wir im Bett Wolle brauchen wir ja nicht Knochen auch nicht brauche ich Federn? ja eigentlich ja für Pfeile aber ich kann ja Bolle zusammen machen genau hallo genau so jetzt bin ich voll gut gut äh lass weiter ja aber nicht in die Richtung weil in die Wüste ist auch nicht so geil oder? in die Wüste ist auch nicht so geil genau lass einfach da hoch auf dem Berg da ja ja dann ist noch ein äh ein fair vielleicht droppes Leder für Bücher ja siehst na wo ist? ich bin oben auf dem Berg ok wir haben jetzt noch 4 Minuten ja hier hinten ist ein Wald da könnten wir dann vielleicht noch am Anfang der nächsten Folge noch Äpfel farm weißt du? so ne Kuh die zünde ich an aber was geil ist das endlich ist diese Discord der ist der Discord wird jetzt funktioniert ja ich hab 4 Leder im Moment ich hab jetzt halt keine Pfeile ne weil ich die die eben gegeben hab oh hier ist ein äh ne Wolle mhm hier ist ne Höhe liegt rum oder nicht steht steht du wüsstest ich bin auf der offene Fläche und farm grad tierer hier sind nämlich richtig viele ok ich bin einfach geradeaus weitergelaufen ah nice in der Richtung Wüste oder in Richtung ähm diesen Berg hoch da wo ich mich mit Cobblestone hochgebaut hab komm jetzt nochmal zurück ey kann nicht sein ok jetzt wird's auch schon wieder Nacht ich bin auf der offene Fläche ich bin jetzt oben auf dem Berg gib mal deine Koordinaten hä gib mal deine Koordinaten minus oder g bitte deine minus 234 309 ah da bist du ok da jetzt seh ich dich auch ok so komm weiter da sind vielleicht Bäume dann fahren ja hier hinten kommt gleich ein Wald da können wir dann wir haben jetzt noch 2 Minuten 30 ne wir können auch schon mal anfangen oder hoffentlich wenn wir uns jetzt nicht mehr einloggen dann dieses Tag ja warum Level war im Moment eigentlich nicht so aber ich mein ich brauchte 4 Level noch halt jetzt habe ich 12 ok ähm was brauchst du nur kombinieren oder was ja kombinieren hast du 2 ich schaff 2 hat was ja dann gib mir mal ähm alles ich hab den Amboss hast du den Amboss ok wo bist du ich bin bei den Bäumen hier ich bin hier hinten weitergelaufen zum Meerbäumen dann drop mir die mal bitte ähm wenn du das eine von das andere tust ist es billiger 7 ist es eine das andere ist 5 ok dann das ist ein Schab 3 ich hab ein Schab 2 ok das ist nicht so schlecht also ich hab das 3 noch weg 1 ok kann man mit leben ne ich hab Schab 2 jetzt was brauchst du nochmal ein Essen ich hab richtig viel ähm wir können nochmal Öfen aufstellen ja das ist ich glaub das lohnt sich jetzt nicht das berechtig ich dann eh nicht durch im Endeffekt wird es noch geklaut wir können auf jeden Fall nochmal alles ja gib mir mal ein ganz bisschen Eisen bitte so 4 Stück hast du noch irgendwas zu braten ne äh wo ist mein Lapis ich hab 26 naaa da müsst du immer eins haben gibt das nicht dann hab ich wahrscheinlich gejobbt auszusehen ich versuch mich auch nochmal ein Schärfe 3 Schwert zu machen wir gehen halt immer auf Eisenschwert ne ja ist auch find ich besser ja wenn wir Firespeck drauf kriegen auf jeden Fall aber wir müssen es halt auf jeden Fall dann auf Schärfnis 5 kriegen ne mhm und wir haben nicht mehr so viel Zeit 3 Sekunden noch ich hab grad nur Crap bekommen gut hab alles so dann stellen wir uns hier äh 10 Sekunden ne ja ich hab nur kurz mein schärfisches Schild gemacht so gut perfekt so das war's ich hoffe euch hat die das ging jetzt voll schnell die fünfte Folge war so gefallen oder mein kreft falsch jetzt sag ich schon gefallen wenn ihr anlässt ein Like da und dann würde ich sagen ähm ich hoffe es euch gefallen wenn ihr anlässt oh mein Gott ja ähm also wenn es euch gefallen hat dann lasst doch ein Like da und dann würde ich sagen zum nächsten Mal wieder tschau Tschüss